Fortnite Love Stories, wenn aus Gegnern Freunde werden. Ich liebe diese Playlist einfach und es sind schon ganze zwölf Videos drin. Nachdem ich auf Eduardo traf, Mathilda und Svennylein auseinandergebracht habe und viele weitere coole Gegner, die zu Freunden wurden, gefunden hatte, merkte ich, dass es von Season zu Season immer schwieriger wurde. Doch in diesem Video habe ich mich mit jemandem auf eine Art und Weise angefreundet, wie ihr es in noch keinem Video gesehen habt. Denn ich habe jemanden gefunden. Freut euch auf, Stoney! So, Zone kommt schon. Aber meine Waffen sind in Ordnung, würde ich behaupten. Absolut in Ordnung. Warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir da einen Afkaler? Ein Afkali? Oh nein! Ein Afkali? Hallo? Hallo? Soll ich das gleiche jetzt machen? Warte, kann ich den... Afkali? Afkali? Hallo? Wieso spielt man eigentlich das Spiel, wenn man afk geht? Also, ich bin zwar auch ab und zu afk, aber ich komme dann wieder. Vielleicht kommt der ja wieder. Warte mal. Beachte mich! Beachte mich! Ich will Aufmerksamkeit, ich will Aufmerksamkeit, ich will Aufmerksamkeit. Kann ich den nicht irgendwie in mein Auto setzen? Die Zone kommt! Oh, die Zone kommt. Du wirst sterben. Wenn ich ihn jetzt boxe, stirbt er. Aber Leute, ich muss es probieren, weil er wird so oder so sterben. Also, entweder oder. Die Frage ist, ich müsste ihn aber anders titten. In welche Richtung muss ich ihn denn... In die Richtung. Okay, ich muss ihn in die Richtung schleudern. Oh Gott, Leute. Aber ich glaube, er stirbt. Also, Stoney, wenn du das nicht überlebst, es war schön, dich gesehen zu haben. Aber die Zone kommt. Stoney! Das wird jetzt gleich wehtun! Stoney! Oh, komm, noch einmal. Es hat 16 Schaden gemacht, das überlebt er. Aber wenn er jetzt da die Schlucht runterfällt... Oh, Stoney! Oh Gott, bitte, überlebt es. Oh mein Gott, nein, noch einmal. Stoney! Oh Gott, das wird ganz übel. Stoney! Er hat es geschafft. Er lebt noch. Er lebt noch. Hatte. Stoney! Wir werden das schaffen. Oh Gott, Stoney, ey, scheiße. Also, Stoney, die nächste Ding werden wir nicht schaffen, muss ich dir sagen. Also, es wird Zeit aufzuwachen, Stoney. Warte, ich hole mal kurz ein bisschen Holz. Wie kann man denn AFK sein so lang, verdammt? Musst du kacken, oder was? Also, wenn ich so lang AFK wäre, die meisten disconnecten. Wer du disconnectest dich jetzt, hatte ich schon mal. Ich brauch halt ein bisschen Holz, aber ich will mich nicht zu weit von Stoney entfernen. Was mach ich denn jetzt? Wir brauchen keine Worte, um uns zu lieben, Stoney. Ich lieb dich auch so. Ich mach auch das gleiche, was du machst. Ich bin sehr anpassungsfähig und hab ein sehr gebärfreudiges Becken, wie du siehst. Findet man jemanden rettetes Leben und er weiß es nicht mal zu schätzen. Du wirst nicht alleine sterben. Hey, Stoney! Hey, du schweiz! Stoney! Warte, warte, warte. Ich bin grad... Stoney! Stoney, guck mal, Stoney. Du weißt zwar nicht, was ich für dich getan hab, wahrscheinlich, aber hier. Ich habe Liebe für dich. Stoney, die Zone! Stoney, den Wagen! Stoney! Oh, Stoney! Aber ich find's doof, dass Stoney gar nicht zu würdigen weiß, dass ich ihn gerettet habe. Stoney, wenn du das irgendwie siehst... Ich hab dich gerettet für den Fall, dass du vielleicht doch unsere Sprache sprichst. Oh, es lebt! Es hat Gefühle! Es kann sich bewegen, aber ganz ehrlich, wer bleibt denn so lang AFK? Dann starte doch die Runde neu, verdammt. Stoney, ich find, du bist doch ein bisschen zu desinteressiert an mir, aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, du weißt ja nicht, dass ich dir das Leben gerettet hab. Stoney, bitte komm hier lang! Stoney! Ich nehm jetzt einen Unsichtbarkeits-Steini. Oh nein, aber da sieht mich Stoney nicht mehr. Stoney, scheiße! Oh, nee, bitte nicht, Stoney. Stoney! Fuck, ich hab Stoney verloren. Scheiße, Stoney! 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 Nein, wo ist Stoney? Stoney, ist es Stoney, ist es Stoney? Scheiße, ist es Stoney, ist es Stoney? Fuck, ist es Stoney? Oh Gott, ist es Stoney? Stoney, ich bin's! Ich hab dich gerettet! Hör auf zu fremdeln jetzt! Stoney, komm mal rein! Oh mein Gott, hier ist direkt ein Loot-Drop, Stoney! Das ist unsere Runde! Ich find ein AFKler, der chillt, der aufwacht und jetzt haben wir hier einen Loot-Drop, Leute! Das ist unsere Runde! Nimm den Drink! Nimm den! Oh, einen! Stoney ist ganz zurückhaltend! Stoney, du darfst dir den nehmen! Komm schon, Stoney, nimm sie dir! Ich nehme den Drink und du nimmst dir... Nimmst dir... Oh, Stoney, hör auf, so süß zu sein! Nein, Stoney, ich will nicht die... Ja, ich will nicht die... Oh, Stoney, hör auf, so süß zu sein! Nein, scheiße, Stoney, ich hab Troubles! Stoney, ich hab Troubles! Stoney, ich möchte, dass du... Stoney, hier für dich! Für dich! Weil ich dich so liebe! Oh Mann, ich hab das Herz im Mund falsch ausgewählt! Er hat sie genommen! Ist nur wichtig, Stoney, dass du nicht mehr AFK gehst, weil du hast jetzt die wichtigste Waffe, sonst kriegst du von mir höchstpersönlich auf die Fresse! Ich find auch, Stoney ist voll süß, der Name, weil er ein Stein ist! Stone und Stein, ihr wisst schon! Und Stoney bewegt sich nicht, mal wieder für niedlichen! Stoney, du bist ganz schön laut! Du hättest besser AFK sein sollen! Nein, das hab ich nicht gesagt! Stoney, das ist ein sehr anstrengender Kampf, den wir hier haben, aber das ist schon... What the... Stoney, light! Stoney, musst du pinkeln! Oh nein, es muss pinkeln, wie süß! Stoney! Aber das ist der falsche Zeitpunkt! Stoney, hör auf, ich hör nicht, ich hör die Gegner nicht, Stoney! 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 Es ist okay! Stoney, verdammt! Ich muss dich leider kurz verlassen, weil du bist mir zu laut, ich kann keine Gegner hören, Stoney! Ich baue dich auch gleich wieder direkt schön ein, aber Stoney, du bist einfach zu laut! Stoney, hör auf, Mann! Bist du denn noch da, Stoney? Sag nicht, du bist jetzt AFK! Stoney, ich hasse dich! Oh nein, oh Gott, die Zone! Ey, Stoney, mach keinen Shit! Was ist denn los mit dem? Da vorne sind Gegner, ich hör die Gegner nicht! Ich hab so die Arschkarte, Leute! Stoney? Was ist denn los mit dem? Ich hör halt nicht, wenn jemand kommt, ne? Und die Zone kommt gleich, Stoney! Stoney, ich kann dich nicht nochmal retten! Stoney! Du hast die Skam an, Skownie! Du bist der Wichtigste von uns! Ich will die nicht umbringen jetzt, aber er ist echt laut! Stoney, ich verlasse dich nicht, aber bitte... Die Zone kommt in... 35 Sekunden, verdammt! Stoney, ich liebe dich! Oh nein, es bewegt sich endlich! Ey, alter, was ist denn los mit dir? Die scheiß Zone! Das ist ein richtiger AFKler! Der hätte beim Artenvideo echt den AFKler spielen können! Hey, halleluja! Stoney, es ist sehr gefährlich jetzt! Oh nein, Stoney! Stoney, mach keinen Scheiß! Stoney, mach keinen Scheiß! Stoney! 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 Oh nein, Sto... Sto-ni! Sto-ni! Nein, Sto-ni! Sto-ni ist geplatzt! Sto-ni! Sto-ni! Warte mal, warte mal, warte mal! Haben wir da einen AFKler? Ein AFK-li! Oh, Sto-ni! Sto-ni ist ganz zurückhaltend! Sto-ni, du darfst die dir nehmen! Oh, Sto-ni, hör auf, so süß zu sein! Sto-ni war kein Mann der vielen Worte oder Bewegungen! Er war auch die meiste Zeit Abwesende, der wir zusammen gespielt haben! Aber dennoch ist er etwas ganz Besonderes! Am Ende hat er sich für mich aufgeopfert! Sto-ni, die Gnuherde wird dich niemals vergessen! Rest in Peace! Sto-ni! Sto-ni ist geplatzt! Und ich hab nicht mal Materialien, weil ich dich einfach nur retten wollte, Sto-ni! Ich muss eigentlich noch zu seinem Grab und ein bisschen weinen! Außerdem sollte ich mir die Ska holen! Oh, Sto-ni ist echt geplatzt! Haha, Sto-ni! Sto-ni! Nein, Sto-ni! Ich kann nicht, Sto-ni! Ich hätte eigentlich gerne die Ska, weil sonst hab ich keine Chance! Ich muss da eh hin! Ich hol mir jetzt gleich die Ska! Ich weiß da nicht, wo die anderen Gegner sind, aber mich juckt es auch ehrlich gesagt nicht! Weil Sto-ni ist tot! Und die bombardieren sich schon gegenseitig, das gefällt mir doch! Es kommt davon, wenn man 100 Jahre AFK ist und dann einen auf Profi macht! Jetzt müssen erstmal die anderen zu mir kommen! Mann, Sto-ni, das ist ja unsere Runde gewesen! Soll ich mal gucken, ob ihr noch vielleicht Friends noch macht? Ich mach mal was ganz Lustiges, Leute! Wenn schon, denn schon, Leute! Die zwei haben sich echt auf den Kicker, muss ich sagen! Ich muss gar nichts machen! Ich bleib einfach so stehen! Nein, das ist uncool, wenn du mich so töltest! Mann! Wie uncool kann man eigentlich sein! Natürlich wieder ein Streamer 280! Sehr uncoole Aktion! Mach ihn platt! Mach ihn platt! Mach ihn platt! Wenn sich schon jemand Streamer nennt! Ja, er stirbt! Er stirbt! Ja, er ist gut! Ja, er ist tot! Ha! Du Sau! Sto-ni! Aber ich habe Sto-ni's Namen gesehen! Und ich werde ihn wie immer enden! Und anschreiben! Und ich hoffe, Sto-ni ist da nicht AFK und kann mir antworten! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen AFK rufen! Oder Daumen nach oben! Und schreibt auf jeden Fall die Kommentare! Hashtag Sto-ni und Hashtag AFK! Und ich sag wie immer, Ade mit E! Rest in Peace, Sto-ni! Er ist geplatzt! Wenn dir die Fortnite-Love-Story gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da! Und vergiss nicht, in der Beschreibung die Playlist gerne abzuchecken! Denn dort findest du noch viele weitere Storys! Dann sag ich wie immer, danke fürs Zuschauen! Und Ade mit E! War wie immer schee!